da sind wir wieder zum zweiten stream könnt ihr schon mal ein bisschen die accessoires bestaunen die wir dazu verwenden und ich zeige euch mal was wir schon ein bisschen gemacht haben zu mal da rein es sieht doch schon recht farben prächtig und bisschen steampunkig aus ein paar schrauben ein paar zahnräder dazu wird es heute abend eine ganz tolle location geben in den historischen felsengängen die hervorragend dazu passt wo man dann auch ein bisschen spielen können mit dem ganzen outfit wie ihr seht sind wir schon ein ganzes stück weiter der oberkörper zumindest in vorderseite haben wir schon fast fast fertig also hier leben wir auch ein bisschen von den gegensätzen dass wir immer ein bisschen dunkel und hell haben ein bisschen farbe ein bisschen grau und weiß natürlich finde ich sie jetzt nicht hier könnte es auch anders sein ich lebe ja hier sozusagen in meinem chaos meinen ganz eigenen machen wir noch ein bisschen und dann kommen wir noch ein bisschen weiter und da auch ein bisschen was zu sehen bekommt ein zahnrad haben wir da noch rein Kleines zur Abwechslung, aber nicht so groß. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Künstlern ist, ich habe immer schon meine Lieblingskunstel und meine Lieblingssachen, die ich immer und immer wieder gerne verwende. Was verbindet ihr mit Streampack oder was verbindest du mit Streampack eigentlich? Mit Streampack? Ja, also wie gut zu sehen, ist tatsächlich bezahlbar. Das ist das Erste, was einen dazu eintritt immer, oder? Das ist wirklich das allererstes, dann natürlich eigentlich mehr die Brauntöne, dunklere Farben. Aber ich finde, dass das auch wunderbar mit dem Rot und dem Kupfer wird. Also das Kupfer finde ich das auch klassisch auf Streampack. Aber dieser Kontrast mit dem Weinrot ist nochmal ganz was anderes. Wir haben ja gesagt, wir machen es heute nicht klassisch. Wir reichen heute mal ein bisschen von der Klassik ab und bringen ein bisschen mehr Farbe rein. Ich habe auch ein bisschen Blau in die Zahnwälder mit reingetragen und Rot. Und ich möchte auch, dass das ja aufgrund unserer Motto Lebensfreude das Ganze auch was Positives ausstrahlt. Was man beim Steampack oft mal nicht hat. Dass es eher ein bisschen düster wirkt. Möchte ich hier ganz bewusst das Positive vornehmen. Und ich finde, das sieht auch ein bisschen edler aus als sonst manchmal, ne? Ja, also gerade das Glitzer, also das sind so Kupfer und Gold, das leuchtet so schön. Und in mir weint das Herz, wenn ich weiß, dass du heute Abend duschen gehst. Dann glitzert die ganze Badeweile. Und ich sitze daneben und weine ganz jämmerlich. Aber ich habe, wie heißt es immer so schön, Augen auf bei der Berufswahl. Jetzt den anderen Job gewählt, wer mir das nicht passiert. Ja, ist ja so, ne? Jeder, wie es verdient. Aber ihr könnt sehen, es geht voran. Aber nachdem wir ja auch hier technische Details haben, ist es natürlich so, dass das auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und trotzdem nichts ist, was man mal schnell in ein paar Sekunden fertig macht, ne? Und dann würde ich sagen, mache ich hier noch gar fertig. Und dann könnt ihr sehen, heute Abend, das könnt ihr heute Abend sehen, wie es nochmal weiter ausschaut. Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich sieht man heute Abend so ein bisschen mehr. Und schon haben wir ein kleines Zahnblatt auch hier. Und dann würde ich sagen, ich baue drauf, dass ihr auch heute Abend wieder da seid. Und bis dahin, tschüss!